Grüeas, gut mein Name hier und willkommen nach langer Zeit endlich mal wieder zu einer Runde Minecraft Jump League. Viel Spaß! Ursprünglich wollte ich ja eigentlich Minecraft Bad Wars aufnehmen, da sich das ja ein Zuschauer von mir gewünscht hat. Aber das Ding ist, ich bin halt in Minecraft Bad Wars unendlich schlecht und da ist es für mich ziemlich schwierig eine vernünftige Runde hinzubekommen. Und deswegen dachte ich mir, na, da kann man doch mal wieder eine Runde Jump League aufnehmen. Aber heute gibt es auch eine Besonderheit und zwar habe ich mir einfach mal den Spaß erlaubt und im Grunde live Musik hinterlegt. Das heißt, ich höre jetzt die Musik auch, wenn ich aufnehme. Da kann ich ein bisschen besser darauf eingehen, dachte ich mir, dass es eigentlich mal ganz cool ist. Aber ich habe auch leider eine für manche vielleicht nicht ganz so prickelnde Nachricht. Und zwar verliere ich zur Zeit die Lust allgemein an Minecraft. Also irgendwie so an normalen Minecraft, ja, PvP, Trott und einfach allgemein darauf. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke mal schon und deswegen habe ich ja auch ab und zu mal andere Videos gebracht. Vor allem zu der Zeit, wie mein... Huch, habe ich gerade ein bisschen schlecht gesehen durch den Jader. Vor allem in der Zeit, wie mein PC am Arsch war. Da habe ich ein bisschen rumprobiert. Und ich habe gemerkt, dass ihr auch anderweitiges Zeug feiert, wie, ja, den einen, wenn ich es jetzt mal in Anführungszeichen, Vlog. Den fandet ihr anscheinend auch recht cool und vor allem das Brian-Game. Das ist, ähm, in meinen Statistiken das am zweitbestgeklicktes Video. Habe ich neulich mal in den Analytics gesehen, wie man reingeguckt hat. Und das hat mich eigentlich, ähm, sehr erstaunt. Weil es eigentlich nur so ein, äh, crappiges Handy-Spiel ist, das eigentlich nicht viel, naja, Tiefgang hat. Obwohl das Spiel wirklich lustig war. Da gab es den einen oder anderen WTF-Moment. Und manche von euch wissen ja, dass ich solche WTF-Momente ziemlich gerne habe. Weswegen ich auch mal Endless Charisma gespielt habe. Und da sind wir gerade, ähm, ungewollt eigentlich zum Thema gekommen. Und zwar mag ich mehr von den, von so, naja, 0815-Fangames, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen. Weil ich da gemerkt habe, oh Gott, dass da ziemlich coole dabei sind. Hier habe ich noch so ein paar auf Tasche. Und manche sind auch mal wieder sehr WTF, wie beispielsweise Super Mario Boom. Dass ich auch demnächst mal, ähm, mit euch anspielen werde. Mehr oder weniger. Oh Gott, ich bin jetzt gelandet. Komme ich da irgendwie wieder zurück? Jawohl. Habe ich mir den Fell erspart. Auf welchem Platz sind wir denn? Hm. Wir sind ziemlich im Mittelfeld. Aber viele hängen gerade an dem Modul. Ist aber auch ziemlich tricky ist, denke ich mal. Und ich habe auch schon mal wieder seit ewig und drei Tagen kein Jumping mehr gespielt. Ich spiele zur Zeit allgemein umgehe ich auf PvP. Wegen den ganzen Tryhardern und so. Aber da mache ich euch jetzt nichts erzählen. Da kann euch ein anderer mehr davon erzählen. Vielleicht werde ich mit ihm auch mal wieder was aufnehmen. So. Uiuiui. Hu, hu, hu. Hopp. Nice. Und hier auch noch. Jawohl. Jut. Hoppala. Hep. Aha, aha, aha. Okay. Nichts über meinen Kopf. Oh, was? Ey, das war gerade bitter. Oh, komm. Ich hasse solche Sprünge, die so ewig weiß sind. Aber dann auch noch so. Ey, krass knapp kalkuliert. Das sind eine der schlimmsten Sprünge. Die finde ich teilweise noch nervenaufreibender als Vierersprünge. Oh Gott. Okay. Jetzt bin ich aus der Konzentration raus. Das merke ich jetzt. Huch. Lol. Okay. Irgendwie bin ich da gerade hängen geblieben. Keine Ahnung warum. War auf alle Fälle komisch. Gut. Huch. Warum ist es jetzt hier auf einmal so hell? WTF? Hat mich kurz ein bisschen erschreckt. Naja, wahrscheinlich, ähm, gab es jetzt Licht-Update oder sowas. Gut. Oh. Really? Ah, WTF. Okay. Komm, aber das kann doch nicht sein. Ich bin Vorletzter. Oho, Buchstaben-Nudeln ist schon bei 70%. Die Zeit geht auch nicht mehr so lange. Jetzt muss ich aber langsam mal das Modul hier schaffen. Hm, 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 hm. The reason. Oh Gott. Okay. Nicht gleichzeitig singen, kommentieren und spielen. Das klappt nicht. So. Ach, übrigens. Ja. Weil noch ansprechen wollt ihr und zwar die Glitch-Up. Die habe ich ja jetzt mehr oder weniger offiziell beendet. Aber, Leute. Es wird eine Nachfolge geben. Und den gibt es dann schon. Ja, sogar ohne Pause. Nächsten Woche. Beziehungsweise nächsten Sonntag. Wird dann wieder Road to Road PvP kommen. Auch eine der letzten Folgen. Da habe ich mich jetzt dazu geeinigt. Dass dieses Format, oh Gott. Äh, nach der zehnten Folge vorbei sein wird. Dann habe ich lang genug angeln geübt. Und ich bin mittlerweile auch schon etwas besser geworden. Wenn man sich nun mal die erste Folge ansieht. Oder sagen wir mal die allerersten. Da war ich ja theoretisch mit der Angel schlechter als ohne. Mittlerweile hat sich das jetzt geändert. Da haben wir jetzt bei dem Break-Even. Wie man das auch teilweise so schön nennt. Bin ich jetzt mit der Angel besser als ohne. Ja, genau. War richtig rum. Ich verplapper mich gerne mal. Aber jetzt muss es sein. Jawohl. Oh, ein richtiges Oldschool-Modul, oder? Nee. Das kommt mir gerade ein bisschen unbekannt vor. Ach, hm. Ich weiß nicht, ob... Warte mal, von wem ist das? Sky Architekt. Okay, dann wird es wahrscheinlich ein ziemlich neuer Rest sein. Ich hätte es gedacht, das ist so ein... Das ist so eins, das schon Ewigkeiten gibt. Ah, oh lol. WTF? Ich bin so richtig hart eingerostet jetzt gerade in Jump'n'Run. Das gibt es ja gar nicht. Bei Roller diesmal aber auch nicht. Okay. Mhm. Jawohl. So. Was haben wir denn hier? Ein Steinschwert ist gut. Ist sehr gut. Und noch Zaubertisch und Crafting Machine. Okay, gut. Ja. Ja. Oh. Oh Gott. Dieses... Ähm... Modul ist ziemlich gaga. Oh Gott. Und da wird schon wieder über, ähm... Kati... Äh, ja. Gehated. Und da sind wir an dem Punkt angelangt, ab... Wenn so... Seitdem, seit der KD-Schwitzerei, habe ich echt nicht mehr viel Bock auf Minecraft. Ich weiß, dass es schon länger gibt, aber... Aber jetzt habe ich mal so richtig... Den Punkt erfasst, wo ich mir denke... WTF? Jeder schwitzt nur noch auf KD. Wo ist das Spielspaß geblieben? Und genau deswegen habe ich zur Zeit nicht mehr so viel Bock auf Minekraft. Aber... Keine Frage. Es wird immer mal wieder, ähm... Natürlich schon noch dieses Blogspiel geben. Keine Frage. Nur eben weniger und mehr auf so anderes Zeug... Ähm... Spezialisiert. Was auch um einiges abwechslungsreicher ist, als dieses... Ewige... Blockbau... Äh... Linke Maustaste. Spamerei... Dingster. Ach Gott. Da hätte ich Anlauf nehmen sollen bei dem Sprung. Okay. Sind wir kurz vorm Ende. Dann ziehe ich mich schon mal um... Und analysiere mal das Equipment. Equipment. Okay. Es ist ganz okay. Ich nehme mal nochmal die Crafting-Maschine runter. Gut. Und ich mache die Musik aus. Da kommt jetzt im Schnitt... Wieder eine... Hinterlegte. So. Jawoll! Gut. Äh... Dieser Brain-AFK-Typ... War wohl nicht nur Brain-AFK, sondern auch Normal-AFK. Alles klar. Und Abstauber. Rino... Oh! Dieser Brain-AFK-Typ. Nein! Ich konnte ihn nicht mehr abstauben. Schade Schokolade. Okay. Naja. Wäre auch... Naja. Wäre auch... Was war das gerade? Ehrlich gesagt, ich mag es auch gar nicht wissen. Hey! Ein verdammten Kill. Und es war ein AFK-Typ. Ähm... Was waren das gerade für Kombos? Ich kann es euch leider nicht sagen. Okay. Ähm... Nun gut. Das war jetzt diese Runde seit Ewigkeiten mal wieder. Minecraft Jump League. Ich bin auf alle Fälle... Ähm... Naja. Ziemlich eingerostet. Sag ich mal. Aber nun gut. Ist jetzt auch egal. Eigentlich sollte dieses Video bloß als so kleines Laber-Dings dienen. Und deswegen hoffe ich, dass euch das Video trotzdem sehr heutigen Gameplay gefallen hat. Und dann sag ich ciao und bis zum nächsten Mal.